Man kann damit betrügen oder betrügen, um es zu bekommen. Die Geschichte ist voll mit Erzählungen über Menschen, welche die schönste Nebensache der Welt benutzten, um Macht zu bekommen oder zu erhalten, die betrogen und getäuscht oder ihre Macht missbraucht haben, um jemanden dorthin zu bekommen, wo man ihn oder sie haben will. Es gibt so viele berühmte Fälle von Ehebruch und anderen Schweinereien, dass ich mehrere Videos und eine eigene Playlist dazu machen musste. Also abonniere gerne kostenlos diesen Kanal und aktiviere die Glocke, dann verpasst du keines meiner Videos. Und mit diesem Video geht's nach dem Intro los. Kleopatra und Markus Antonius sind eines der berühmtesten Paare der Geschichte. Doch Julius Cäsar kam ihnen zuvor. Er wurde von der ägyptischen Königin überredet, mit ihr zu schlafen, damit er sie vor ihrem intriganten Bruder retten konnte. Sie gebar Cäsar einen Sohn, bevor der römische Diktator ermordet wurde. Sie verführte Markus Antonius, um den gut aussehenden römischen Feldherrn dazu zu bringen, ihr zu helfen, an der Macht zu bleiben. Kleopatra brachte Zwillinge von Markus Antonius zur Welt. Antonius musste eine Niederlage in der Schlacht hinnehmen und nahm sich in Kleopatras Beisein das Leben. Überwältigt von ihrem Kummer beendete auch sie ihr Leben mit Gift. Dieses tragische Ende markierte den Untergang der Pharaonenherrschaft, während Rom zur neuen Weltsupermacht aufstieg. Im Jahr 1155 v. Chr. wurde ein Attentat auf den ägyptischen Pharao Ramses III. verübt. Das Komplott wurde von Thier, einer der Ehefrauen von Ramses inszeniert. Die wollte, dass ihr Sohn Pentaver den Thron anstelle des auserwählten Nachfolgers Ramses dem Vierten besteigt. Thiers Plan scheiterte zwar letztlich, aber er führte dazu, dass Ramses der vierte Zwölfrichter ernannte, um den Mord zu untersuchen. Der anschließende Prozess enthüllte die Beteiligung mehrerer Hofbeamter und Konkubinen an der Verschwörung. Der Prozess wurde jedoch unterbrochen, als drei der Richter in einen Sexskandal mit Frauen verwickelt wurden, die mit dem Komplott in Verbindung standen. Diese unglücklichen Richter wurden hart bestraft, indem man ihnen Ohren und Nasen abschnitt. Insgesamt wurden 28 Personen für ihre Beteiligung an der Verschwörung hingerichtet. Das Ergebnis für Königin Thier ist bis heute unbekannt. Während der Herrschaft von Tiberius in Rom verliebte sich ein Adliger namens Decius Mundus in eine verheiratete Frau namens Paulina. Trotz ihres Widerstands und ihrer Ablehnung seiner Annäherungsversuche, zu denen auch eine Bestechung gehörte, ließ Mundus nicht von seinem Vorhaben ab. Da er wusste, dass Paulina eine gläubige Anhängerin der ägyptischen Götter war, entwickelte Mundus einen anderen Plan. Er bestach die Priester der Isis, damit sie Paulina eine Nachricht überbrachten, in der sie ihr mitteilten, dass Anubis, eine Gottheit mit einem Schakalkopf, ihr seine Anwesenheit ankündigen wollte. In dieser Nacht betrat Paulina den Tempel und ließ sich bereitwillig mit dem ein, den sie für Anubis hielt. Erst später entdeckte sie die schreckliche Wahrheit. Decius hatte sie getäuscht, indem er die Verkleidung des hundeartigen Gottes annahm. Paulina wandte sich mit ihrer Beschwerde an den Kaiser, der daraufhin die Hinrichtung der betrügerischen Priester und die Zerstörung des Tempels anordnete. Decius jedoch drohte als Konsequenz seines verräterischen Handelns nur die Verbannung. Das war es für diese Folge. Wenn dich diese Geschichten interessieren, dann vergiss nicht zu abonnieren und ich sage danke bis zum nächsten Video.